Am ersten Tag verhinderte er ein Attentat. Am zweiten Tag stoppte er eine nukleare Katastrophe. Am dritten Tag kämpfte er gegen eine tödliche Seuche. Am vierten Tag sprengte er ein Terrorismus. Am fünften Tag enttarrte er ein nationales Kumpflot. Am sechsten Tag aber stand er am Abgrund. Am siebten Tag stürzte die Welt ins Chaos. Die siebte Staffel von 24. Am 12. Januar auf Premiere 4. Am 12. Januar auf Premiere 4.